Wir möchten euch motivieren, euren Traum zu verfolgen und das egal, welche Hindernisse sich euch in den Weg stellen. Und auch in Britston verfolgen wir unseren Traum, nämlich jederzeit Mobilität und Sicherheit zu garantieren, damit Menschen überall auf der Welt sicher an ihr Ziel kommen, egal welche Straßenverhältnisse oder welche Witterung. Hier ist er für euch, der amtierende Olympiasieger, Fabian Hambüchen. Herzlich Willkommen. Diese Situation, der Moment vor meiner Rackübung, da ist genau dieser Punkt, wie ich mich immer wieder neu motiviere, nämlich dass ich da in der Situation halt auch einfach die Balance finde. Das war wirklich so, dieser innere Schweinehund dauernd zu überwinden, plus einfach an seinen Traum, an sein Ziel zu glauben, dafür zu kämpfen. Das war eigentlich das, was ich dann jeden Morgen wieder aus dem Bett geholt habe und gesagt habe, jetzt Vollgas. Jeder kennt das einfach durch das Sitzen im Büro, kriegt Rückenschmerzen, egal was dazu gehört. Und da kann man als kleine Übung das typische Kreuzheben machen, auch ohne Gewichte. Dass man einfach sich schulterbreit hinstellt, Füße nach vorne, man geht ein bisschen in die Knie, gerade Rücken ist ganz wichtig und dann richtet man sich direkt wieder auf. Körper und Geist, die müssen eins sein in dem Moment. Das ist ganz klar, wenn der Kopf nicht mitspielt, dann funktioniert der Körper nicht und andersrum ja auch nicht. Viele kennen die Nackenprobleme, die Kopfschmerzen, die dadurch entstehen. Ja, Rücken tut weh von vielen Sitzen. Da ist natürlich wichtig, einfach sich ein bisschen zu dehnen, ein bisschen den Körper zu mobilisieren. Einfach gucken, dass man auch bei so Übungen seinen Spaß halt findet. Wenn du dir wirklich was vornimmst und sagst, das ist mein großes Ziel, das ist mein Traum, den möchte ich verfolgen, dann musst du auch durchziehen, egal was kommt.